Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe frische Filme hier bei Fred Carpet und zwar zu einer komplett anderen Ausgabe als normalerweise, denn wie ihr sicherlich alle wisst, treibt uns die Corona-Krise momentan ein wenig an den Rand des Möglichen, insbesondere die Kinos und Filmverleiher, die sehr, sehr viele Filme absagen, respektive ihre Gebäude schließen müssen, hier in Hamburg beispielsweise bis zum 30. April vorerst und entsprechend wurden die meisten großen Kinostarts auch schon bereits für diese Woche abgesagt, was aber natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht trotzdem einen Blick auf einige der Filmstarts werfen und vor allem uns die nächsten Wochen so ein bisschen mit Toplisten, den besten Filmen, vielleicht blicken auf Netflix, Amazon Prime Starts, das Ganze so ein wenig überbrücken wollen und ich möchte beginnen mit der Top Ten der Filme, auf die ich mich 2020 am meisten freue und diese Top Ten beginne ich mit einem Titel, der diese Woche tatsächlich noch startet, nämlich mit der Fall Richard Jewell von Clint Eastwood aus dem Hause Warner Bros. Offenbar wurde an diesem Start festgehalten, zumindest jetzt zu dieser Sekunde. Ich zeichne auf am Montag, das heißt, wenn der Film doch nicht mehr in die Kinos kommt, ja, das ist dieser aktuelle Stand, auf den ich jetzt gerade eingehe und nach diesem startet der Fall Richard Jewell eben genau diese Woche und ist ein Gerichtsdrama von Clint Eastwood basierend auf einer wahren Geschichte und ich habe ihn natürlich bereits gesehen, habe ihn aber jetzt trotzdem deshalb reingenommen, weil ich ihn für sehr, sehr gut erachte, ich ihn nicht unter den Teppich fallen lassen möchte und für den Fall, dass er erst in ein paar Wochen in die Kinos kommt, habt ihr dann entsprechend bereits einen Hinweis darauf erhalten. Also gut Richard, folgendes. Wir brauchen eine Stimmprobe. Ich möchte, dass Sie hier ins Telefon sagen, da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Richard, Sie sind jetzt ein Nationalheld. Danke, Sir. Aber ich habe nur meinen Job gemacht. Gehen Sie von dem Tod da rein! Den Kerl, der die Bombe findet, beäult man genauso wie den, der die Leiche findet. Jewell passt in das Profil des Bombenlegers. Ein frustrierter weißer Mann, der ein Möchtegern-Polizist ist und danach strebt, den Helden zu spielen. Wir bringen die Story. In der Fall Richard Jewell geht es eben um den genannten Richard Jewell, einen Sicherheitsmann aus den USA, der mit einem Bombenattentat damals in Verbindung gebracht wurde. Er hat damals die Bombe gefunden und ist dann ins Visier geraten des FBI, weil eine Journalistin erste Ermittlungen in seine Richtung, die zwangsläufig angestellt werden, wenn jemand eine Bombe findet, als Tatsache verkauft hat und ihn ins Kreuzfeuer des FBI, der Presse, der Medien und so weiter gerückt hat. Der Film ist, wie man es von Clint Eastwood kennt, sehr schnörkellos inszeniert, sehr präzise beobachtet und lässt keinerlei, ja, keinerlei Möglichkeiten zu, am Rande irgendwelche Effekthascherei zu beziehen. Es ist, ja, ein ganz klassisch erzähltes Drama, im Fokus eben besagter Richard Jewell, von einem Newcomer gespielt, den man hier noch kaum kennt, in Nebenrollen unter anderem Sam Rockwell und Kathy Bates, die für ihre Rolle der, ja, aufopferungsvollen Mutter von Richard Jewell, für den Oscar-Nominiert war ausgerechnet ihre Nominierung, kann ich am wenigsten verstehen. Alle um sie herum spielen grandios auf, insbesondere der Darsteller von Richard Jewell, aber sie fällt da so ein bisschen ab, sie spielt für ihre Verhältnisse einfach gewohnt solide, aber ist da jetzt nun nicht die große Offenbarung, was mich eben so ein bisschen wundert, weil sie eben für den Oscar nominiert war. Wir haben am Anfang ein Charakterporträt eines Mannes, der gerne bei der Polizei gewesen wäre, aber da nicht zugelassen wird und dann anfängt sich als privater Sicherheitsmann irgendwie zu verdienen. Er hat ein Faible für Waffen, er ist ein Außenseiter aufgrund seiner Körperfülle, aufgrund seiner, ja, seines Fehlverständnisses für zwischenmenschliche Kommunikation, aber er ist nun mal auch derjenige, der unschuldig ist und der zwar perfekt ins Visier oder ins Profil eines solchen Selbstmord- beziehungsweise generell Attentäters passt und deshalb auch von der ganzen Welt oder beziehungsweise insbesondere von den US-amerikanischen Medien zunächst als Held gefeiert wird, weil er diese Waffen gefunden und deshalb viele Menschenleben gerettet hat, aber das Presseecho schlägt sofort um, als es heißt, er könnte der Täter sein und er wird von den Medien direkt zum Täter gemacht. Und der Fall Richard Jewell schildert das alles sehr, sehr präzise, wenig emotional, also zusätzlich emotionalisierend, sondern zieht seine Emotionen insbesondere einfach aus der Interaktion der Figuren aus der ganzen Geschichte selber und ist da sehr, sehr erdrückend, aber zugleich auch eben fast dokumentarisch und ist der erste Film von Clint Eastwood seit einer ganzen Weile, seit dem missratenen The Mule, seit dem sehr, sehr streitbaren American Sniper und seit noch ein, zwei anderen Filmen, wo er immer wieder sehr ins Visier der Presse geraten ist und da sehr streitbar war, der richtig, richtig gut geworden ist. Ein ganz klassisch, schnörkelloses Drama und, ja, das eben aufrüttelt und zeigt, wie schnell sich die öffentliche Wahrnehmung einer Person ändern kann, wenn die Presse nur entsprechend berichtet. Wie gesagt, der Fall Richard Jewell ab dieser Woche voraussichtlich im Kino, wer weiß, was sich da noch ändert, aber, ja, wer irgendwie die Möglichkeit hat, den Film zu sehen, in den USA ist der Film schon auf legale Weise beispielsweise erhältlich, der sollte doch unbedingt mal einen Blick riskieren, denn der Fall Richard Jewell wäre schade, wenn der komplett untergeht. Ich weiß nicht, wie ich dich beschützen soll. Ihr Mann dachte so verflucht schuldig. Die wollen sie fertig machen. Sind sie bereit, sich zu wehren? Candyman. The urban legend is, if you say his name five times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Who would do that? Candyman. 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 Well, we're still alive. Let's go. Trina, you've broken the door. This isn't funny! Auf Platz 9 im Ranking der Filme, auf die ich mich 2020 am meisten freue, ist das Remake von Candyman. Candyman, ein Horrorfilm aus den frühen 90er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, der nun neu aufgelegt wird vom Produzenten Jordan Peele, von einer Regisseurin inszeniert. Und wenn sich einige daran erinnern, Candyman ist, zumindest für meine Begriffe, eine der Horrorikonen. Späte 80er, frühe 90er Jahre an der Seite von Michael Myers, von Freddy, von Jason, von Pinhead, von Ghostface, also von diesen ikonischen Horrorfiguren, zu denen, wie gesagt, meines Erachtens auch Candyman zählt, der mit einer Beschwörungsformel vor einem Spiegel herausbeschworen werden kann, wenn man vor einem Spiegel steht und fünfmal Candyman sagt, soll der Candyman erscheinen, als Figur mit einer Hakenhand, mit Bienen im Schlepptau und mit einer sehr, sehr tragischen Geschichte versehen, die nun auf Rache aus ist. Und war damals die erste schwarze Horrorikone, so gesehen, die nun eben unter der Aufsicht von Jordan Peele ein Remake erhält. Und Mitte Juni hierzulande in den Kinos. Und was der erste Trailer so zeigt, ist man auf der, oder was mir aufgefallen ist anhand des ersten Trailers, auf der einen Seite hält Jordan Peele daran fest, nach wir erneut einen bekannten Pop Evergreen, damals war es ein Rap Evergreen, in den Trailer einzubetten und nach und nach der Situation, der Stimmung entsprechend zu variieren. Und auf der anderen Seite sieht das Ganze ein wenig anders aus, als man es im Original kennt. Denn während im Original eine junge Frau dem Candyman oder der Candyman-Legende versucht, auf die Spur zu kommen, deutet der Trailer so ein bisschen an, dass die nun männliche Hauptfigur vielleicht selber zum Candyman wird und es gar nicht möchte. Das ist nun das, was ich vom ersten Blick auf den Trailer so ein bisschen mehr zusammenreiben kann. Und ich finde es ja immer großartig, wenn man ein Remake dazu nutzt, ein wenig anders mit der Originalvorlage umzugehen. Deshalb für meinen Geschmack Candyman, das Remake Mitte Juni hoffentlich in Deutschland zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Was ist Ihr Name, honey? Ich bin Joe. Ich teach middle school band. Gott, go for it! Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got the gig! Ah! Must have been sudden for you. Well, oh my goodness, oh my goodness! Help! I'm not done! Oh my, oh my goodness! Ah! Auf Platz 8 kommt das absolute Kontrastprogramm mit dem neuen Disney-Pixar-Film Soul. In den USA kommt dieser Film bereits im Sommer in die Kinos. Hierzulande müssen wir uns leider noch bis zum Oktober gedulden. Nun hat der erste richtig lange, ausführliche Trailer zu Soul ein bisschen, ja, uns die Möglichkeit gegeben reinzuschauen in das, worum es eben geht. Es geht um, wie der Titel es schon ausdrückt, um die Seele und das Ganze erscheint so ein wenig wie, ja, wie eine Art Alles steht Kopf, nur eben nicht mit den Emotionen im Fokus, sondern eben mit der Seele und mit, ja, mit einigen großartigen Sprechern dabei, Jamie Fox beispielsweise oder Amy Poehler und ich bin wahnsinnig gespannt, was uns da erwartet. Alles steht Kopf vor ein, absolut großartiger Film aus dem Hause Pixar und wenn das Ganze auch nur ansatzweise so liebevoll und so, ja, mitfühlend und herzergreifend jetzt gerät bei Soul, dann kann ich es einfach nicht erwarten, diesen Film zu sehen. Ich war ein wenig skeptisch, weil der erste Teaser so ein bisschen in die quatschige Richtung ging, der hatte am Ende so eine, ja, so ein Gag, der sich so sehr lange in die Länge zog und nun aber der erste richtige Trailer offenbart, okay, das scheint wieder in eine melancholische Richtung zu gehen, auch wenn ich finde, dass der Trailer vielleicht ein bisschen viel verrät, aber für meinen Geschmack letzten Endes, es sieht alles wieder Hammer aus und wie ich es schon in meiner Kritik zu Onward sagte, die ihr unter diesem Link, der müsste hier oben glaube ich eingeblendet werden, nochmal in einer älteren Ausgabe sehen könnt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Soul nun eine Art Entschädigung sein könnte vor Onward. Onward war dann doch eher Mittelmaß für Pixar-Verhältnisse, aber das in einem Jahr so schnell aufeinander, dann müssen wir überlegen, wenn er in den USA schon im Juni kommt und Onward dort gerade erst gestartet ist, dann liegen da wirklich nur ganz wenig Monate dazwischen, dann wirkt das so ein wenig wie eine Verstecktaktik vonseiten Pixar und es würde mich nicht wundern, wenn Pixar eben alles an PR-Mitteln und alles an Kreativität irgendwie in Soul setzt und warten wir mal ab, was da noch an Sprechern bestätigt werden und generell, wie sich das alles dann, wie das alles dann ausschaut, aber ich halte sehr, sehr große Stücke auf Soul und habe vollstes Vertrauen, dass Pixar da dann wieder zur Alterstärke hinfinden wird. Ist all this living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No way! There I am! What are we waiting for? Wait, not me! No way! 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 Warum sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse, nur dass wir deins noch nicht kennen. Nun kommen wir auf Platz 7 zu einem Film, der oder dessen verschieben oder verschoben, verschieben heilt, was auch immer, bereits bestätigt wurde. Denn eigentlich sollte James Bond 007, keine Zeit zu sterben, bereits demnächst im April bundesweit und generell weltweit auch in die Kinos kommen. Erste Trailer haben das schon angekündigt, was für ein Action-Spektakel das wird. Der Song von Billie Eilish läuft im Radio rauf und runter. Und generell, alle haben sich irgendwie drauf gefreut. Nach Spectre schien das Ganze wirklich wieder in eine gute Richtung zu laufen. Sollte der letzte Auftritt von Daniel Craig in der Rolle des Agenten werden und nun verschoben vorerst auf November. Man kann es ein wenig verstehen, denn es ist für die Produktionsfirma MGM bzw. das Produktionsstudio MGM. Das ist das mit dem brüllenden Löwen, falls ihr euch daran erinnert. Es ist der einzige große Staat in den USA. Und wenn zum Beispiel Disney erst sehr spät dazu kam, jetzt Filme wie Mulan und so weiter zu verschieben oder zum Beispiel auch an einem Film wie Black Widow immer noch festhält, dann kann man das darauf schieben, dass für Disney ein Flop bei deren riesengroßen Angebot und bei deren fast Überangebot an Filmen und aus diversen Studios, worauf Disney zurückgreifen kann, da würde Disney ein Flop nicht wehtun. So einfach ist das. Aber bei MGM ist es so, die haben nur Bond. Wenn Bond jetzt Bahn geht aufgrund der jetzigen Situation, dann ist das Studio pleite. Und deshalb ist es bei Bond tatsächlich absolut verständlich, dass MGM da sagt, wir nehmen den Film aus dem April raus, wir schieben ihn in den November. Vielleicht sogar ein bisschen so in Richtung Award Season war Bond bislang nicht so viel vertreten in den letzten Jahren. Deshalb wer weiß, vielleicht gibt es da dann so ein bisschen noch mehr Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Ich bin nicht so der Riesen-Bond-Fan. Wenn der Bond gut ist, freue ich mich. Wenn er nicht gut ist, geht für mich keine Welt unter. Auf diesen jetzt habe ich mich sehr gefreut. Aber gut, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich bis zum November 2020 weiterzufreuen. Und dann schauen wir mal, was aus James Bond 007 keine Zeit zu sterben wird. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Zurufe von Fremdorf Zurufe von Fremdorf Zurufe von Fremdorf Wer immer das war, hat noch ein anderes Motiv. Der hat was gegen Cops. Gehen wir nun von Januar zurück in den Juni. Da ist am 11. nämlich momentan noch Saw Spiral angesetzt, unter der Produzentenaufsicht von Chris Rock entstanden. Ob das Ganze nun ein Sequel, ein Prequel, ein Spin-Off oder was auch immer wird, ist momentan oder geht aus dem Trailer noch nicht hervor. Daraus hervorgeht nur so ein bisschen, dass es wahrscheinlich wieder mehr in die Thriller-Richtung gehen wird und dass Chris Rock und Samuel L. Jackson als bekannte Darsteller dabei sind. Aber das war es auch dann so ziemlich, denn der Verleih Studio-Kanal bzw. Lionsgate weltweit hält sich bei den Infos zu diesem Film sehr zurück. Kann ich verstehen, der letzte Film, Jigsaw, war eine absolute Frechheit und generell hat die Reihe ja außerhalb der Hardcore-Fans ein wenig an Ansehen verloren durch die insgesamt sieben Teile, außer Jigsaw eben. Meiner, meinem Empfinden nach ist die Reihe oder funktioniert die Reihe sehr, sehr gut als Gesamtkonstrukt. Ich mag es, wie hier versucht wird, einfach, wie gesagt, so ein erzählerischer Überbau zu kreieren. Klar, irgendwann haben sich die Foltermethoden und Folterfallen sehr, sehr stark in den Fokus gedrängt. Aber hey, wenn das jetzt wieder zurückgeht, so auch zu Teil 1 so ein bisschen, was ja vorwiegend eher so an Sieben erinnerte und noch nicht so der Torture-Porn war, was die Reihe ja insgesamt dann doch eher beflügelt hat, dann bin ich wirklich wahnsinnig gespannt und die ersten Plakate und Bilder sehen wirklich gut aus. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald an dieser Stelle wieder, irgendwann im Juni. Und dann kann ich euch hoffentlich sagen, dass Saw Spiral ein sehr, sehr guter Horrorfilm geworden ist. Willst du ein Spiel spielen, Motherfucker? Wir glauben alle, wir würden in das brennende Gebäude rennen. Doch bis wir die Hitze spüren, können wir nicht sicher sein. Sie schon. Sie entschieden, sich zu sterben, anstatt ihre Kollegen aufzugeben. Dieser Test, den Sie bestanden haben, dem besteht nicht jeder. Willkommen im Jenseits. Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht. So wie ich das verstehe, versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Den nuklearen Holocaust? Nein. Etwas Schlimmeres. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Kennet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Sie müssen die Welt auf eine neue Weise betrachten. Versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Fühlen Sie es. Wir bleiben im Sommer und gehen von dem Juni in den Juli, denn am 16. Juli soll dort der neue Christopher Nolan-Film Tenet erscheinen. Der erste ausführliche Trailer zum Film war meinem Empfinden nach eine absolute Wucht und hat trotzdem, trotz der beeindruckenden Bilder und vieler inhaltlicher Details, so scheint es, weil der Trailer doch recht lang ist, nichts verraten. Und irgendwann gibt es in dem Trailer einen Satz so sinngemäß, du brauchst es nicht verstehen, du musst es fühlen. Und das ist ja durchaus ein Satz, der für viele Christopher Nolan-Filme gilt. Und nun hier eben auch. Worum geht es? Ja, man weiß es nicht. Es geht irgendwie um Zeit, es geht irgendwie um jemanden, der tot ist und jetzt aber irgendwelche Aufgaben erfüllen muss. Es wirkt so ein wenig wie Inception, nur noch ein bisschen weiter gedacht. Es ist sehr, sehr schwierig. Man weiß nicht, was es soll, aber man weiß, es sieht geil aus. Und obwohl in dem Trailer von Tenet eigentlich die spektakulärsten Szenen einfach nur daraus bestehen, dass Action-Szenen rückwärts gefilmt, aber vorwärts dann abgespielt werden, man weiß nicht, wie es jemandem wie Christopher Nolan gelingt, so etwas Einfaches dann doch wieder wahnsinnig großartig und kreativ erscheinen zu lassen. Und ich kann Tenet kaum erwarten, einfach weil ich wissen möchte, was sich dahinter verbirgt. Ob der Film am Ende dann auch gut ist oder einfach wieder nur ein Mindfuck, das werden wir dann sehen. Aber ich möchte einfach zu gerne wissen, was sich Christopher Nolan jetzt schon wieder ausgedacht hat. Und hoffentlich werden wir das am 16. Juli 2020 erfahren. Auf dem vierten Rang habe ich nun einen Film, der in den USA bereits gestartet ist und hierzulande, so der aktuelle Stand am 14. Mai, in die Kinos kommen soll. Ursprünglich wäre The Hunt aus dem Hause Universal-Blumhouse allerdings schon längst gestartet. Allerdings wurde der Film kurz vor seinem Start in den USA abgesagt, aus dem Grund, dass er mit seinem Thema einer Menschenjagd, wo halt eben Reiche auf Arme irgendwie Jagd machen sollen, Bewaffnete, sehr, sehr schwierig zu promoten ist in einer Zeit, wo oder die wohl damals von einigen Schießereien und Amokläufen in den USA ziemlich durchgerüttelt war. Nun aber hat sich Universal entschlossen, den sehr skandalumwitterten Film eben doch noch rauszubringen. Die ersten Meinungen zu dem Film sind sehr, sehr gespalten. Entweder liebt man ihn oder man hasst ihn und normalerweise sind solche Filme dann die, mit denen ich sehr, sehr gut zurechtkomme. Und ja, von daher The Hunt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der Film in den, ob der Film rauskommt vor allem und was er kann. Und ich habe sehr, sehr großes Vertrauen in ihn. Deshalb freue ich mich sehr auf den 14. Mai und auf The Hunt. Während in den letzten Tagen ja vor allem Kinoabsagen beziehungsweise Kinostarts abgesagt wurden, hat ein Verleih einen Kinostart in Deutschland bestätigt, nämlich den von The Green Knight aus dem Hause A24. Und das Ganze soll nämlich am 28. Mai auch in Deutschland in die Kinos kommen. Ich freue mich wahnsinnig, denn der Trailer sieht einfach umwerfend aus. Er sieht aus, wie man es von A24 und gerade von deren Horrorfilm gewohnt ist. Es erinnert alles ein bisschen an Hereditary, ein bisschen an The Witch, ein bisschen What Comes at Night. und das Ganze aber verpackt in ein Setting, wie man es aus, ja, Historienfilmen kennt. Worum es geht? Keine Ahnung. Im Haupt-Mittelpunkt steht Dev Patel als König. Es spielt im Mittelalter. Es gibt sehr skurrile, gruselige Szenen, die wir im Trailer sehen. Worum es geht? Wie gesagt, man weiß es nicht. Das geht auch aus dem Trailer nicht so richtig hervor. Aber ich freue mich einfach aufgrund der Bildgewalten. Regie geführt hat der Regisseur unter anderem A Ghost Story und Elliot der Drache gemacht hat. Also jemand, der von seinem Genre her sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und ja, wir erwarten alle ganz gespannt den 28. Mai, denn dann kommt The Green Knight auch in die deutschen Kinos. Tell me a tale of yourself, so that I might know thee. I have none to tell. Yet, you have none to tell yet. I fear I'm not meant for greatness. We all fear. But fear can be a give. Do not waste this. Auf Platz 2 kommt ein Film aus dem Hause Universal in die deutschen Kinos und ich, ja, ich ordne das Ganze mal grob im Sommer 2020 ein. Aus dem einfachen Grund, weil der Film bereits ein paar Mal in Deutschland verschoben wurde, schon vor der ganzen Corona-Sache, auch immer nur ein bisschen, also mal Juli, mal August. Deshalb, ich sage mal über den Daumen Sommer und die Rede ist von In the Heights, von der, ja, Verfilmung des gleichnamigen Musicals und es geht um ein, ja, um ein kleines, um einen kleinen Ort in den USA, um ein kleines Ghetto fast schon, wo sehr, sehr viele kreative Menschen leben und die alle so ihren großen Traum verfolgen und im Mittelpunkt steht eben ein junger Mann, der seinen Traum vom Sänger und Tänzer verfolgen möchte und das Ganze entwickelt sich dann zu einer Art La La Land in, ja, in the Heights sozusagen und der erste Ohrwurm aus dem, aus dem Musical ist bereits im Trailer verarbeitet. Ich kann es kaum erwarten, ich finde mit seiner, mit seinen, mit seinen Horeografien, mit seinen bunten Farben, mit seinen tollen Kameraspielereien, kündigt der Trailer eben schon an, was uns wahrscheinlich dann in der Langfilm-Fassung erwarten wird und ich habe auch in das Musical, in das Bühnen-Musical bereits reingehört, es ist ein großer Broadway-Hit und ich hoffe ganz, 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 ganz stark, dass der Film nicht noch unter den Corona, unter der Corona-Krise zu leiden haben wird, denn alleine schon das Verschieben von Juli auf August finde ich ganz, ganz schwierig, ich kann es wirklich kaum erwarten und es gibt nur einen einzigen Film, den ich auch schon bereits gesehen habe, den ich aber für derart großartig erachte, dass ich ihn hier bereits einmal erwähnen möchte, denn ich fürchte auch, dass er den Kinostart Verschiebung zum Opfer fallen könnte, welcher das ist, das seht ihr gleich und dann kommen wir zu Platz 1 meiner meisterwarteten Filme für das Jahr 2020. Hör einfach zu! Kleine Dinge, die der Welt sagen, dass wir nicht unsichtbar sind. Ignorier jeden, der an dir zweifelt. In der Reich, der I think with the other one is made. We came to work and to live and we got a lot in coming. In der Reich, der I think from miles away. D.R.P. y'all, we are not stopping. In der Reich, every day, was ist ja in der, until the day we go from poverty to stock options. today's all we got, so we cannot stop. Demons-Anwalt. Das heißt, ich vertrete Chemiefirmen. Na und? Jetzt können Sie mich vertreten. Und am 16. April dieses Jahres soll es dann soweit sein, dann soll Vergiftete Wahrheit von Todd Haynes in die deutschen Kinos kommen. Ein Film, der unter dem Titel Dark Waters bereits in den US-amerikanischen Kinos gelaufen ist und dort auch bereits auf Streamingdiensten verfügbar ist. Es geht in dem Film mit Mark Ruffalo und Anne Hathaway sehr, sehr namhaft besetzt um einen Chemieskandal, der sich Anfang der 90er Jahre in den USA tatsächlich so ereignet hat. Und im Mittelpunkt steht ein junger, idealistischer Anwalt, der eigentlich Chemiekonzerne vertritt, für einen Pharma in dem Geburtsort seiner Oma allerdings die Seiten wechselt und fortan gegen den Chemiekonzern arbeitet und allerdings merkt, mit was für Leuten er sich dort angelegt hat. Der Film, man wüsste man es nicht besser, würde man denken, es ist David Fincher. Ich vergleiche den Film immer gerne damit, dass David Fincher Aaron Brockovich inszeniert hat. Dieser Skandal hat Ausmaße, man glaubt sie nicht, wenn man sich den Film über zwei, ein Viertel Stunden ansieht. Die Texttafeln am Ende des Films, die das Ganze nochmal in Zahlen aufdröseln, da jagt es einem mehrere Schauer über den Rücken und wenn man sich das Ganze ansieht, dann glaubt man irgendwann nicht mehr, dass wahrscheinlich doch die Guten auf dieser Welt siegen werden. Ein großartiger Film, den sich wirklich jeder angucken sollte, der die Möglichkeit dazu hat. Der Film sollte in Schulen gezeigt werden, der Film sollte im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Am besten einmal an einem Tag auf allen Kanälen, dass jeder diesen Skandal einmal vor Augen geführt bekommt, denn die Quintessenz des Ganzen ist, dass 99 Prozent aller Lebewesen auf der Erde diese Chemiepartikel in sich haben, die nicht abbaubar sind und die Chemiekonzerne wissen davon und versuchen, weil sie das ganze Geld besitzen, das Ganze zu vertuschen. Deshalb Vergiftete Wahrheit ab dem 16. April unbedingt anschauen. Ich werde nochmal eine ausführliche Review zu dem Film machen, ganz gleich, ob er am 16. April startet oder nicht. Ich werde definitiv nochmal ausführlich über den Film sprechen. Ich habe mittlerweile ihn dreimal gesehen und bin jedes Mal aufs Neue schockiert. Mein meist erwarteter Film, auch wenn ich ihn schon gesehen habe, des Jahres 2020 geht an vergiftete Wahrheit und ich weiß, es kommen noch sehr, sehr viele andere Filme, auf die ich mich auch freue, auf den dritten Conjuring, auf, keine Ahnung, auf The King's Man. Es gibt ein paar deutsche Filme, auf die ich kaum erwarten kann, Oscars Clyde beispielsweise. Also Fast and Furious, der jetzt auf 2021 sogar verschoben wurde. Also da sind ganz, ganz viele Filme, die noch dieses Jahr kommen. June, bin ich auch gespannt, und was uns da erwartet. Aber die, ja, die es alle nicht hier reingeschafft haben, denn es geht nun mal um meine Tops und welchen ich zum Beispiel auch noch empfehlen kann, ist der wunderbare Mr. Rogers. Aber auch dazu kann ich nochmal etwas Ausführliches sagen, den habe ich auch schon gesehen. Das ist so ein Überblick über meine Sachen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, worauf ihr euch 2020 noch freut und welche Kinostartverschiebungen euch am meisten ärgern. Alles zu den Filmen und generell alles weitere zu Kinostartsverschiebungen, wie die Corona-Krise sich auf den Kinomarkt auswirft, das erfahrt ihr alles auf Threadcarpet.com. Natürlich erreicht ihr uns auch in sämtlichen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und Co. Lasst uns da gerne ein Like da. Wenn euch das hier gefallen hat, dann abonniert auch gerne diesen Kanal hier. Und dann sehen wir uns nächste Woche aller Voraussicht nach mit einem neuen Ranking. Ich überlege mir jetzt mal, ob ich Katastrophen, Seuchen, Filme oder Thriller nehme. Und dann bin ich sehr gespannt, hoffe, dass wir uns nächste Woche an dieser Stelle wiedersehen. Bis dahin, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände und auf das es euch zu Hause gut geht. Wie viele Kühe haben Sie verloren? 190. 190 Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Ich helfe einem Freund der Familie. Das ist nur eine ganz kleine Sache. Und das soll ich Ihnen glauben? Das sind Chemikalien, ich sag's Ihnen. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Da ist irgendetwas richtig faul. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Ist trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Also woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Deshalb ist besser Leben mit Chemie unsere DNA. Rob, was zum Teufel ist da los? Dupont vergiftet uns wissentlich, Sarah. Dupont hat alles gewusst. Doch trotz Ihres Wissens haben Sie nichts unternommen. Wollen Sie Ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Sie wollen alles, was Sie wissen, über die Vorgehensweise von Chemiekonzernen einfließen lassen gegen Dupont wie ein Informat. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Solche riesigen Konzerne wie Dupont haben jede Menge Zeit und Geld. Glauben Sie mir. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Sie werden versuchen, den Fall in die Länge zu ziehen, damit uns das Geld ausgeht und wir aufgeben müssen. Rob hat alles riskiert und sich aufgeopfert, weil er Gerechtigkeit will. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das tut es nicht. Wir beschützen uns. Nur wir. Wir beschützen uns. Wir beschützen uns. Wir beschützen uns. Vielen Dank.